Die Zwei Gesellen Es zogen zwei rüstge Gesellen zum ersten Mal von Haus, so jubelnd recht in die hellen, klingenden, singenden Wellen des vollen Frühlings hinaus. Die strebten nach hohen Dingen, die wollten trotz Lust und Schmerz, was rechts in der Welt vollbringen, und wem sie vorübergingen, dem lachten Sinn und Herz. Der Erste, der fand ein Liebchen, die Schwieger kauft Hof und Haus, der wiegte gar bald ein Bübchen und sah aus heimlichem Stübchen behaglich ins Feld hinaus. Dem Zweiten sangen und logen die tausend Stimmen im Grund, verlockend Sirenen und zogen ihn in der buhlenden Wogen farbig klingenden Schlund. Und wie er auftaucht vom Schlunde, da war er müde und alt, sein Schifflein, das lag im Grunde, so still war's rings in die Runde und über die Wasser weht's kalt. Es singen und klingen die Wellen des Frühlings wohl über mir, und seh ich so kecke Gesellen, die Tränen im Auge mir schwellen. Ach Gott, führ uns liebreich zu dir! Es zogen zwei rüstige Gesellen zum ersten Mal von Haus. Gesellen sind in einer ursprünglichen Bedeutung Handwerker, die nach der Ausbildung auf Wanderschaft gehen, um ihr Können zu vertiefen und einen Platz für sich als Meister zu finden. Es kann ja selbstverständlich auch allgemein für den Aufbruch des jungen Menschen ins Leben stehen. Und zwei Gesellen klingt bei solchem Aufbruch auch nach tiefer Freundschaft. Die beiden ziehen also, so jubelnd recht, in die hellen, klingenden, singenden Wellen des vollen Frühlings hinaus. Sie jubeln über ihre Freiheit, endlich das Leben in eigenen Händen zu halten. Der Frühling ist natürlich auch ein Lebensfrühling. Jahreszeit und Lebenszeit hat auch hier mal wieder seine Entsprechung. Die klingenden, singenden Wellen des Frühlings mögen ein aus klanglicher und atmosphärischer Absicht überdrehtes Bild sein, deuten aber auf Seefahrt hin, ein Bild, das später wichtig wird. Die strebten nach hohen Dingen, die wollten trotz Lust und Schmerz was Rechts in der Welt vollbringen. Nach hohen Dingen streben. Ihr Ehrgeiz richtet sich auf beruflichen Erfolg und Bedeutung in der Welt und sie streben nach einer Beschäftigung, die ihnen selbst viel bedeutet. Dabei sind sie durchaus darauf eingestellt, dass nicht immer alles rund läuft. Und wem sie vorübergingen, dem lachten Sinn und Herz. Diese Euphorie des Aufbruchs, diese Unternehmungslust überträgt sich auf die Menschen, die das hinter sich oder auch vor sich haben, die aber auf jeden Fall an ihren Ort gebunden sind. Der Erste, der fand ein Liebchen. Die Schwieger kauft Hof und Haus. Den Ersten lässt die Liebe im gemachten Nest landen. Der wiegte gar bald ein Bübchen. Das einfachste Bild für den gewöhnlichsten aller Lebenswege. Frau, Haus, Kind, natürlich ein Sohn. Erst der männliche Nachkomme, so das Denken der Zeit, macht die Familie komplett. Er wiegt es selbst, der ganze Vaterstolz. Und viel rechts mußte er für das alles dank Schwiegervater auch nicht vollbringen. Und sah aus heimlichem Stübchen ein Rest Sehnsucht nach mehr sein, dann hat er mit sich selbst schon ausgemacht, warum er diese bei sich nicht mehr zulässt. Dem zweiten Sangen und Logen die tausend Stimmen im Grund verlockend Sirenen und zogen ihn in der buhlenden Wogen farbig-klingenden Schlund. Die hellen, klingenden Wellen sind wieder da. Der Klangmagier Eichendorff macht aus ihnen aber buhlende Wogen. In der ganzen Strophe kriegt man den Mund vor lauter Us und Os kaum noch richtig auf. Was ist passiert? Der andere ließ sich auf Unternehmungen ein, die Ruhm und Reichtum versprachen, das schnelle Geld vielleicht. Man darf sich alles Mögliche darunter vorstellen. So Stereotyp und dabei ohne Widerstände der Lebensweg des Einen ist. So unwichtig ist bei dem Anderen, was genau ihn ruiniert. Darum nur das allgemeine Bild von der Seefahrt als Aufbruch ins Leben und darum nur die allgemeine Rede von Sirenen, den mythischen Meerwesen, die den Schiffer mit ihrem Gesang in den Tod locken. Und wie er auftaucht vom Schlunde, da war er müde und alt, sein Schifflein, das lag im Grunde. Er ist vollkommen ruiniert. Alt ist er insoweit, daß sein Leben schon so weit fortgeschritten ist, daß er keine neue Chance mehr erhält, müde, weil ihm auch die Kraft für jeden Neuanfang fehlt. Und das untergegangene Schifflein bedeutet das Ende aller seiner materiellen Möglichkeiten. So still war's rings in die Runde und über die Wasser weht's kalt. Es ist eine Einsamkeit in der Schande. Sein Scheitern ächtet ihn. Niemand will mehr etwas mit ihm zu tun haben. Dazu tritt noch das Fehlen jeder Selbstachtung. Es singen und klingen die Wellen des Frühlings wohl über mir. Der Frühling ist wieder da, diesmal aus der Perspektive des Erzählers, der sich als Ich jetzt selbst einbringt. Und sehe ich so kecke Gesellen. Immer wieder aufs Neue brechen Menschen ins Leben auf. Und wenn er Menschen beim Aufbruch wie demjenigen, der zwei Gesellen sieht, die Tränen im Auge mir schwellen. Ach Gott, führe uns liebreich zu dir. Das unendlich Bewegende an diesem Gedicht ist diese Bitte um die Barmherzigkeit Gottes. Niemand wird hier verurteilt für seine bescheidenen Ansprüche an ein gelungenes Leben oder für sein Scheitern. Ein Uns schließt uns alle ein. Wir sind alle nicht sicher vor den Sirenengesängen. Aber wie sehr wir auch scheitern oder auch nicht scheitern, jeder möge sein tröstendes Ziel in den barmherzigen Armen Gottes finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.